Täglich erlebe ich als Lehrerin und als Mutter, dass jedes Kind lernen kann und jedes Kind lernen möchte. Aber täglich erfahre ich auch, dass es an unseren Schulen keine individuelle Förderung gibt und somit unsere Kinder nicht ihr Können leben und erleben können. Aber ich weiß auch, dass und wie wir es durch unsere linke Bildungspolitik viel, viel besser machen können, weil wir unsere Kinder ernst nehmen. Wir nehmen sie mit im längeren gemeinsamen Lernen in eine gute Schule für alle. Wir geben ihnen Zeit, Zeit zum Fordern, Zeit zum Fördern, Zeit für ihre Freude und für ihre Freunde. Ihre Stimme für unsere Kinder.